Alter Falter, das hat wieder gekostet. Reparatur auf voller Breitseite. Mächtig mal drei, vier Tage komplett aus dem Game gerissen. Und ich konnte nur mit kleinem, feinen Belaya-Setup zum Beispiel am Yama angeln, wie auch im letzten Video gezeigt. Jetzt ist alles wieder ready. Das heißt, wir gehen mal eine Runde schleppen. Ja, das war ein teures Vergnügen. Rund 20.000, nee, sogar über 20.000 Silberdreien geballert in die Reparatur, in die Schnurlaufringe von verschiedenen Routen. Die mussten mal wieder überarbeitet werden, schön gerichtet werden. Dann natürlich Getriebe von Rollen. Dann habe ich endlich nach langer Zeit meine drei Tagaras wieder repariert, dass ich die jetzt auch wieder vernünftig verwenden kann. Die meisten Sachen. Ja, dann wie gesagt, hier auch die Schlepprouten, die Black Edition, die ich hier zweimal habe mit dem Plus auf Wobblern. Also, dass man da schön hier lang schleppen kann. Und ja, auch bei der Ultima waren es die Schnurlaufringe, die schon mächtig durch waren tatsächlich. Ordentlich Verbrauch war da drauf. Bei verschiedenen anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier der Schmierung, das reicht mir noch nicht. Da gehe ich noch weiter so im Bereich von, ja, ich sage mal, vielleicht so in Richtung 40%. Das werde ich noch erstmal richtig durchverbrauchen, das alles, bevor ich da weiter reingehe. So, und jetzt geht es erstmal hier schön an den Wolchow. Da habe ich übrigens auch alles reparieren lassen. Es ging alles mit Silber. Das heißt, ich musste da jetzt kein Gold irgendwie für aufwenden. Und es hat tatsächlich, ja, fast vier Tage gebraucht. In-Game-Tage. Da kommt ja dann immer die Anzeige. So und so viele Tage noch. Das sind dann halt, wie gesagt, die In-Game-Tage, die man auch online sein muss. Und die Zeit hat es dann, wie gesagt, gebraucht, bis dann auch alles ready war. Es war für mich gar nicht so schwierig. Wie gesagt, also, man kann halt dann mit kleinerem Setup natürlich auch überall noch weiter angeln. Ob das dann mit einem Belaya-Setup ist, irgendwo halt am Belaya oder am Yama. Ging das auch tatsächlich recht gut. Hatte ich gar keine Probleme mit. Und habe in der Zwischenzeit halt schon doch wieder ordentlich Kohle reingeholt. Also, das war gar nicht so verkehrt. Und dadurch konnte man halt so ein bisschen die Wartezeit überbrücken. Aber ich muss auch sagen, ich stand auch zwischendurch ein bisschen AFK rum. Also, einfach mal online gewesen und die Zeit laufen lassen, wo es halt repariert. So, und jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Wir haben ja eigentlich schon die Abendstunden. Das heißt, gleich gibt es erstmal einen kurzen Break, weil in der Nacht geht erstmal nichts. Vielleicht gehe ich einfach gleich in der Nacht hier unten hin und schmeiß mal drei Ruten auf Aal raus. Werden wir also gleich sehen. Wenn ich dann was gefangen habe, ist der Aal auch im Kescher. Ich bin deutlich feiner jetzt hier gerade unterwegs mit dem Setup. Nur mit 27er Vorfach. Ich hoffe also, dass hier keine großen Hechte reingehen. Und ja, ich bin gespannt, wie das denn hier so wettermäßig in den nächsten Tagen wird. Bewölkt. Das heißt, es können auch durchaus ganz gut hier die Lachse reingehen. Die atlantischen Lachse. Häufig ist es so, dass die, die, ähm, hoppala, Rapfen. Ja, geil, Alter. Gerne auch Rapfen. Und da geht der nächste rein. Häufig ist es so, dass die Ladoga-Lachse vielleicht eher bei Sonnenschein reingehen. Und die atlantischen, denen ist das schon ziemlich wurscht. Zack, Ladoga-Lachs. Jawohl. Lübt. Alter, da macht sich erstmal im Hintergrund was auf. So, weiter geht's. Also, gar nicht schlecht. Erster Lachs ist drin. Ich bin hier komplett mit normal gebauten, beziehungsweise gekauften Ködern unterwegs. Also keine selbst gebastelten Köder. Der einzige Unterschied ist, dass hier die sehr, sehr teuren und sehr, sehr guten Zenith, Etalon, Trebble oder was, die richtig guten Haken drauf sind. Zwei-Nuller-Größe. Also, das sind die Haken für die richtig dicken Fische. Und dann gucken wir mal, was dann da rein geht. Ähm, die halten auf jeden Fall viel aus. Ich denke mal, eine ein, zwei Nummern kleiner kann man die wahrscheinlich auch noch verwenden, die Hakengrößen. Aber auch fürs Schleppen am Kuori klappen die erstaunlich gut. Also, tatsächlich auch am Kuori durchaus eine Option. So, jetzt müssen wir mal eben hier die Kurve kriegen. Jawohl. Flussbarsch. Eben hier wenden und wir brennern direkt wieder zurück. Richtig geil. Ich habe gerade mal wieder richtig Bock, einfach hier gechillt hin und her zu fahren. Und vor allem gibt es halt hier wieder die Chance für mich auf zwei Fische, die ich bisher noch gar nicht als Trophy hatte. Zum einen eben der Ladoga-Lachs. Und zum anderen Rapfen. Also, die Chance haben wir für die beiden Brocken. Das heißt, immer mal wieder natürlich dann auch nutzen die Chance, dass wir, zack, die Brocken dann auch kriegen. Ich habe erst überlegt, ob ich woanders lang fahre, ob ich irgendwie weiter unten lang bretter vielleicht. Aber eigentlich ist das hier immer der erste Anlaufpunkt, ne? Erstmal zwischen die Inselnbreddern, erstmal da gucken, was geht. Und wenn das jetzt hier komplett barschverseucht ist und nur noch die Barsche reinballern, dann kann ich halt immer noch wechseln. Oder ich gehe in der Nacht auf Jig. Wäre auch eine Idee, ne? Schön durchjiggen. Vielleicht jigge ich einfach mal hier durchs 8-Meter-Loch durch oder so. Ah, ich teste mal. Ich teste mal. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Schön jetzt hier eine Stunde. Und dann gucken wir mal, was hier reingeht. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal kurz einen Break. Und dann sehen wir uns vielleicht gleich in den frühen Morgenstunden. Oder wenn halt jetzt gleich in der Nacht was ordentliches reingeht. Zack, da ballert dann doch noch einer rein hier in der Nacht. Schon in alle Richtungen getestet und probiert. Und jetzt hat er Bock. Oha. Was haben wir denn da? Zander? Welts? Ich habe gerade in verschiedenste Richtungen jetzt schon geworfen. Hier, ich stehe quasi auf der 8 vom 8-Meter-Loch. Und zack, ballert da noch mal richtig schön was rein. Können Welt sein, oder? Wobei so schnell. Gucken wir mal, was da jetzt Bock hat. So schnell abgezogen. Vielleicht auch ein Zander. Wäre nicht schlecht. Gerne auch Zander hier. Einfach mal locker gejickt. 1-0-er-Haken. Die sind kohlemäßig dann auch richtig gut, ey. So. Locker ranziehen. Ne. Welts. Tatsächlich. Na, schau mal einer. So. Komm ran hier. Zum Glück nicht ganz so groß. Aber ein gutes Gewicht. Auch das kohlemäßig schon richtig, richtig gut. 14,5 Kilo hier auf dem Setup mit, ja, 27-7er-Vorfach. Genau. 1-0-er-Haken. Und sonst ist es ja quasi der Rest. Quasi das Setup. Was ich auch gerade zum Schleppen verwende. Also, direkt wieder hier hin. Ausrichtung war da hinten. Da ist so ungefähr die Brücke. Genau. Der Zug fährt gerade wieder da lang. Und dann da hinwerfen. Wenn wir auf eine Map gucken, ist das quasi... Ich glaube, ich treibe gerade ein bisschen runter. Ja, ich treibe hier runter. Aber dann ist das hier durch diesen Bereich hier in der Mitte. Ich stand, wie gesagt, vorhin auf A8. Hab so in diese Richtung geworfen. Hier so in diesem Bereich. Da weiß gerade nichts, ging zumindest nichts auf diesen Köder. Ansonsten ist der Köder eigentlich immer wieder ganz gut. Dieser Quicker in Quietsche Grün. Die Zander mögen den auch immer wieder ganz gerne. Aber wenn jetzt hier ein paar Wälse drauf gehen, gerade in dem Gewichtsbereich, ja, nehme ich die doch ganz gerne mit. Das habe ich ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Da hatte ich gerade mal richtig Bock drauf. Einfach mal wieder schleppen mit Blinkern. Den guten alten Blinkern. Immer das Schleppen. Guck mal hier. Zack. Komm gerade hier. Der Hecht. Immer das Schleppen auf die ollen Wobblers. Aber guck mal hier. Auch auf den Blinker. In Babyblau lübt es auch gerade ganz gut. Da gehen aber tatsächlich heftig die Hechte drauf rein. Hammerhart, ey. Eins, zwei, drei Routen gerade. Beziehungsweise zweieinhalb draußen. Drei verschiedene Köder. Hunter Nummer eins. Der, ähm... Und da ist schon wieder was dran. Was kleines. Der Waiko mit 25 Gramm. Auch in blau. Und den, den ich einfach nicht rauskriege, weil hier einer nach dem anderen beißt. Zack. Kleiner Laduga-Lachs. Zwei Komma noch was Kilo Laduga-Lachs hatte ich gerade auch schon dran. Ich bret da mal wieder zurück. So. Und, jawohl. Trollinggang ist an. Raus damit. Gar nicht so weit rauswerfen. Und als drittes jetzt hier den Slimshot in silbrig-blau. Gucken wir mal. Und genau so hier rauf und runterbreddern. Hin und her. Durch diese Rinne. Und dann gucken, was denn da so reingeht. Einige Hechte. Wie gesagt, Laduga-Lachs war jetzt hier. Das war der Umbau. Das war der erste gerade. Und, ähm, ja. Vorher habe ich ein bisschen mit Blinkern noch rumprobiert. Ob man nicht sogar noch ein bisschen jiggen kann. Vielleicht sogar mit zweien gleichzeitig. War ein bisschen tricky. War ein bisschen schwierig. Und auch nicht so ganz so effektiv. Und jetzt nochmal schleppen auf Blinker. So. Raus damit. Da ist schon wieder der nächste dran. Scheint richtig gut abzugehen. Also hier Weiko 25 Gramm. Hier ist drauf ein 1-0er-Haken. Und zack. Da ist sogar schon wieder ein Biss drauf gewesen. Gerade ist ausgeworfen. Das scheint richtig gut Frequenz zu geben hier. Zack. Wieder der nächste Hecht. Der Hunter. Hier ist sogar ein... Da war sogar ein 4-0er-Haken drauf. Sehr schön. Erstmal aus dem Bild rausgeklickt hier. Und da geht es schon wieder weiter. Also richtig gute Frequenz. Und das Ganze zählt natürlich, wenn man Spin-Fishing-Points machen will. Alles gerade bei einer guten Frequenz fürs Spin-Fischen. Also wenn man ein bisschen skillen will. Attacke Vollgas. Ich habe ein bisschen Angst hier, weil ich mit einem 27er Vorfach unterwegs bin. Wenn hier so viele Hechte reingehen, hoffe ich mal, dass das noch alles hält. Dass die nicht zu groß werden. Richtig große Hecht-Trophys könnten eng werden. Aber, naja. Die meisten werde ich mit dem Setup hier 27 Kilo Vorfach wahrscheinlich auch noch rausziehen können. 10 Kilo Bereich. Alles kein Problem. Joa. Bewölkter Tag. Nicht so ganz ideales Wetter, muss ich sagen. Aber im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, schon ganz zufrieden. Die Nacht, wie gesagt, und die Abendstunden waren halt so ein bisschen barsch durchwachsen. Da geht mit Sicherheit noch ein bisschen mehr. Aber alleine auch das hier mit dem Blinker durchziehen, durchaus eine Option. Vielleicht kann ich auch einfach mal mit dem, in der Nacht nochmal mit dem Blinker hier durchjiggen. Auch das wäre durchaus eine Möglichkeit, dass dann da Welser und Co. reingehen. Ich hoffe jetzt nochmal auf den ein oder anderen Rapfen. Ja, ich glaube, da ist schon wieder ein bisschen was dran. Und ich teste weiter. Einfach mal ein bisschen testen. Wenn du da Bock drauf hast, auch da einfach mal reinschmeißen, die verschiedensten Köder. Und auch mal ruhig unten reinschreiben in die Kommentare. Was denn so für dich am besten lief? Ich gucke gerade mal. Gibt es nicht von den Hypnotics noch welche? Hypnotic nehmen wir mal vielleicht so einen grünlichen. Ja, 1-0er Haken ist drauf. Hier ist schon wieder was dran. Also, sieht gut aus. Kann man machen. Auch wenn man zwischendurch was Lüttes reingeht. Aber es scheint recht entspannt und ganz gut zu funktionieren. Gerade auch mit den Welsen in der Nacht ist das, glaube ich, eine ganz entspannte Möglichkeit gerade. So, wieder raus damit. Frequenz ist gut. Man hat ständig was zu tun. Also, wenn dir langweilig ist, Attacke Vollgas. Zieh raus die Brocken. Und die Stunde ist rum. Genau eine Stunde. Oder noch nicht mal genau. Beziehungsweise doch genau. Aber der erste Fisch kam halt ein bisschen später. Also, eine Stunde. Und was soll ich sagen? Verdorch noch mal. Mit den ollen Blinkern lief das aber echt gut. Von der Frequenz her. Gut, hier war natürlich auch viel Shitkorn dabei. Die kleinen Barsche und sowas. Aber ganz vernünftige Hechte. Ganz vernünftige Ladoga-Lachse. 6,6 Kilo war auch mit dabei. Könnt ihr mal eben gucken. Der 6,6 Kilo war auch hier auf dem Hunter 009. Also, der, gucken wir mal eben rein. Hunter 009. Da sind wir. Also, 1er Serie. Und dann 009. Ja, schön. Habe ich ja gerade drauf. Dann nehmen wir den jetzt hier gerade. Also, 009. Aber halt die 1er, nicht die 2er Serie. Die größeren. Und auch dieser hier. Also, die beiden haben richtig gut funktioniert. In der großen 1er Variante. Die ist halt gerade jetzt noch auf der Rote drauf. Die 3 hatte ich drauf. Also, hellblau. Dann der Blau mit dem leicht rötlichen. Mit dem leicht lachsfarbenen. Und dieser lila-bläuliche. Die haben gut geliefert. Und wir gucken mal eben rein. Beziehungsweise, ich schaue noch mal eben kurz ins Café. So schlecht war die Stunde jetzt doch nicht. Ich hatte zwischendurch echt Bedenken. 2x 3 Kilo Hecht. Oha. Da muss ich gleich noch mal eben einen holen. Den hole ich hier gleich vorne an der Kante. Das heißt, da werde ich hier an dem Bootshaus hier ein bisschen testen. Ist ja auch ein ganz klassischer Spot für Hecht. Und dann gucken wir mal eben rein. So. Nach Pricen sortieren. Da haben wir es aufgelistet. Ja, auch der Welz. Der kleine Welz. Ein Fünfer. Der große hier. 23. Dafür ging er ganz gut raus. Insgesamt 200 noch was. Tacken. Da geht mehr. Aber ich bin ganz zufrieden. Passt soweit. Den nehmen wir jetzt noch mal eben raus. Der. Daraus machen wir gleich noch mal 100. Das passt dann im Großen und Ganzen. Also Petri, ihr Lümmels. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es geholfen hat, Kanal abonnieren. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr.